Immer mehr Menschen machen bei der Energiewende mit und wollen Solaranlagen auf ihren Dächern oder Elektroautos fahren. Netzbetreiber müssen dafür sorgen, all diese Anlagen an die Stromnetze anzuschließen. Die bisherigen Prozesse dafür sind mit viel Handarbeit verbunden und sind dadurch langsam und ineffizient. Außerdem reicht das bestehende Netz immer häufiger nicht aus. Kostspieliger und langwieriger Netzausbau wird notwendig. Als Spin-off der RWTH Aachen macht Envelio mit der Intelligent Grid Platform Planung und Betrieb von Netzen flexibler. Netzbetreiber können ihren Kunden mit Envelios Plattform eine sofortige Online-Prüfung ihrer neuen Anlagen bieten. Aus bisher zwei bis acht Wochen Prüfprozess werden weniger als 30 Sekunden. Erneuerbare Energien kommen damit schneller ans Stromnetz. Durch Algorithmen auf Basis künstlicher Intelligenz werden mit Envelio neue Technologien wie zum Beispiel Speicher in den Netzen nutzbar. Damit müssen weniger neue Leitungen gebaut werden und es resultieren weniger Baustellen in den Städten und Kommunen. Allein in Deutschland lassen sich damit bis zum Jahr 2030 rund 16 Milliarden Euro einsparen. Und so macht Envelio die Energiewende bezahlbarer. Für alle.